Ciao meine Kleine Meister und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Leute und heute machen wir wieder ein altes Format und zwar Micro Battles in nur noch besser, meine Damen und Herren, mit dabei ist heute Awal! Äh, hallo, ähm... Hey, warum? Mit dabei ist noch Entwizzle-Dee! Wah-wah-wee-wah! Und... Kid-Mashworks! No-scope! Ah, no-scope! Jetzt hör auf, Freunde! Und zwar, ich hab vorhin erwähnt, Micro Battles ist nur noch besser, weil, wenn wir uns killen, können wir uns hier neue Sachen kaufen. Da haben wir ein Ort für 5000 Leben und ich würd mal sagen, für die Leute, die Micro Battles nicht verstehen, wie das passiert, kommt jetzt in die Spiegel-Erklärung und da geht's... Willkommen zu der Erklärung von Micro Battle in Fortnite Battle Royale. Und zwar, meine lieben Freunde, da hat jeder seine eigene Burg mit seinem eigenen Bett. Und das Ziel von diesem Spiel ist es, die gegnerischen Betten zu zerstören und natürlich seins zu beschützen. Und ich würd mal sagen, viel Spaß beim Video! Okay, Freunde, es geht los in 3 zu... äh, los! Okay, Jungs, die Walls werden gleich gewalled und das Ding ist, wir haben ein bisschen Mads, das heißt, wir könnten... Walls werden slash gewalled. ...runtergefallen werden. André! Ja, nein! Verpiss dich! Oh, ho, ho, ho! Oh, mein... Was ist los? Nee, hast du nicht getan, Digga, was? Hab ich, Digga. Gar kein Problem, 10 Colts schon in meiner Tasche, Digga. 360, Digga, los. Was? Redest du? Mit mir? Warum snipest du den Rücken, du 31er, Digga? Hier, guck mal... Ich glaub, ich warst zu Odeman. Yes. Komm, lass alle zu Odeman gehen. Komm! Dein Miege... Nein! Lass alle zu Odeman! Wahrscheinlich Odeman. Lass alle zu Odeman! Ich geh jetzt ehrlich zu Odeman. Er kämpft irgendwo in seine Ecke, Digga. Pschu! Pschu! Ha! Nein! Äh, André! Die Kugel schmeckt, Digga! Äh, André! Die Kugel schmeckt, Digga! Äh! Oh mein Gott! Wie konnte ich das verlieren, Digga? Nein! André, piss dich! Piss dich selbst? Piss dich! Oh! Scheiße, Digga! Ich hab's dir nicht getan! Ich bin raus! Oh mein Gott! Ehre! Oh mein Gott! André hat noch ein Leben, Leute! Und KidMave hat gerade André gehopst! Und wer ist B? B wird gerade zerstört! Ja! Oh! Wer ist B? B ist doch KidMave, oder? Ja! Hits in Karma, Digga! Mach's allein, Digga! Oh shit, Digga! Alles easy! Zwei Hits noch, dann ist er down! Ja, probiert mal! Wer ist A? Ich bin... Nein! Lukas! Was? Jetzt lass mich doch mal ein bisschen dein Ohr knistern! Ja, komm doch nicht! Warte! André, lebst du noch? Ich leb noch! Ich hab noch ein Leben, ey! Hast du noch ein Leben? Ja! Hör auf! Piss dich! Nein! So, André ist raus, meine Damen und Herren! Ich würde auch mal sagen, den lassen wir da rein! Ja, den lassen wir, ne? Den lassen wir, weil... Wir müssen auf Lukas gehen, der hat am meisten Leben! Ohohohohohohohohoho! Oh du Mann! Snipe Digger! Oh du Snipe, Digger! Ahh! Ah!! Selbst wenn ich! Hey! Warum ne weiß ich!! Ich seh das gar nicht ein, Dicka! Kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem. Ja, ich hab ja noch einen Schuss oder so, komm. Heiabiner! Zack, Kamala! Freunde, wir gehen rein! Seid up! Wir bleiben drin! Ja, gebt mir, wir sind so! Off ist down! Ja, wollt ihr auch gegeneinander kämpfen? Was soll ich denn tun, Digga? Ihr wart eben zu zweit bei mir! Ey, ich wollt dich beschützen, was schießt du mir in den Rücken, du 31er? Du wartst dich beschützen? Ich wollt grad, Lukas, du... Die machen einfach WWE-Tag-Team. WWE-Tag-Team. Er sagt, beschützen, aber baut ja viel von ihm auf. Oh mein Gott, okay. So, Lukas, jetzt bist du dran. Starke Taktik. Oh, Ape ist Gottes! Oh! Komm rein! Boom! Boom! What's your mindgames, Lukas? Wer bist du, Lukas? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Man merkt halt richtig, wenn Lukas über Try hat. Er redet gar nicht, Digga. Ist so. Er redet überhaupt nicht. Nachladen! Nein! Ey, Kid Mave, Kid Mave, verpiss dich! Ey! Oh shit! Nein! Er ist so tot, du kleiner Pisser, Digga. Du kleiner Pisser. Bestes Format! Bestes Format! Ich muss respawnen, Digga. Weil ich einfach seine Ehre gehopst hab, Digga. Okay, Leute. Es ist ein Deft-Mave zwischen mir und Lukas. Kid Mave und André sind jetzt unsere Kommentar-Totoren. Ich kommentiere. Wtf? Wtf? Zarten Deft! Zarten Deft! 101! 101! Oh mein Gott! Oh, du hast verloren. Wo hast du mich getroffen? Wo hast du mich getroffen, Digga? Das Fenster, Digga. Und Odomann ist tot. Drei. Zwei. Das wär zu krass gewesen. Wo ist der? Wo ist der? Wo bist du, Lukas? Oh mein Gott! Lukas, Zone kommt! Ja, ich siehst ihn. Er hat keine andere Wahl. Ja, Odomann auch nicht. Zone kommt! Er springt beide gleichzeitig und macht No Scope. Okay, bist du bereit? Nö. Oh mein Gott! Ah! 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 Geht los! No, nur Dings, nur Jagdgewehr, Lukas. No Jagdgewehr. Okay. Entspann dich. Okay, okay, okay. Ohne Zielen. Ohne Zielen. No Scope. Oh, er zieht wirklich nicht. Er zieht wirklich nicht. Ah! 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 Ich hab noch drei Schuss, Digga. Ey, ich hab noch drei Schuss. Ja, Digga. Look up! Ah! 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 Ich hab keinen Schuss mehr! Nein! Spitz! Spitz! Spitzhacke! Nein! Nein! Oh mein Gott! Freunde! Ich würde auch mal sagen, dass wir die erste Runde machen. Noch eine Runde, Leute. Kommen wir zur zweiten Runde. Wir gehen direkt rein, Digga. Oh mein Gott! Okay, die erste Runde hat White gewonnen, Leute. Wenn er jetzt nochmal gewinnt, ist der Schwanz. Geil. Geil. Ja, Mann. Oh, ja. Wer denkst du, wer du bist? Was? Nochmal. Ich hab nichts gehört. Hallo? Hallo, Test 1, 2. Ich bin Otto, ich hab drei Brei. Die Kugel schmeckt! Wunderball. Aua. Piss dich. Das Ding ist, ich konnte mir noch nicht mal was kaufen. Gönnt mal Coins, um dass ich was kaufen kann. Man verliert alle Coins, weil du stirbt. Ja, das schmeckt so gut! Pass auf! Pass auf! Uff, Digga. Ich hätte gesagt, du bist auf die andere Seite. Du kriegst jetzt einen Trickshot. Komm! Komm, Digga. 360! 360! Äh. Wo kam der Schuss jetzt her? Wo kam der Schuss jetzt her? Eheraniden. Piss dich mal jetzt! Junge, lass mich doch kaputt machen! Ah, ich will nicht mehr gegen André kämpfen. Ich hol mir jetzt ein anderes Ziel. Ey, Wife! Komm her! Lalalalala! Was machst du da? Äh. Digger. Easy, Digga. Easy, Digga. Schmeckt, Digga. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir knistern jetzt bei Lukas an. Ah! Alle meine! Oh mein Gott! Ich spiel's da mal los, Digga. Schmein auf dem Schwanz! Schmein auf dem Schwanz! Schmein auf dem Schwanz! Digga, was hast du ein Kidwave denn gemacht? Das Todeslaut! Junge, könnt ihr mal auf und alle zu mir zu kommen! Hahaha! Digga, ich bin nur ein Meter aus meiner Base rausgegangen! Ah! André! Was machst du hier? Ich hab zugebohrt! Ich hab mich richtig erschrocken! Hä, das war meine Base! Oh mein Gott, Digga. Ja aber ich hab gedacht, du bist bei Kidwave. Ey, Junge! Ja was Junge, wir sind Nachbarn! Wir sind Nachbarn, deswegen Tom, drei Winters zu mir, jeder rum. Ach, André, komm, sie weg vom Hunde, Digga. Komm, los komm. Ja, nice. Ach, André noch gut, Digga. Als wenn man keine anderen Nachbarn hat. Ja, ja, ja. Komm, Alter. Mach mein Bett kaputt, geh! Hahaha! Das stimmt nicht, nicht mehr Popman, Digga. Ich bin der Einzige, der hier hinkommt, Digga. Mach Spaß! Ja, das macht mega Spaß! Macht Spaß! Ich helfe weiter! Ich helfe dir, ich helfe dir, komm! Komm du auch noch André, ich wusste dass du kommst Und! Lukas ist ein Destroyer! Ich bin schon raus Was gibt's raus? Ich bin tot Kim, du hast noch ein bisschen geh, wo willst du hin Bruder? Ja ja, mach ruhig mein Bett fertig Wo willst du hin? Mach ruhig mein Bett fertig, alles gut Wo willst du hin, Digga? Ja? Wo willst du hin? Wo willst du hin, Digga? Alter die Fresse, Alter Okay, wir drei Leben noch Hey, Martin, Lukas hat noch ein Leben, ne? Ne Oder doch Oder ne Machst du den und ihren Mann? Digga, ich hab extra wieder gewechselt, Mann Hast du nicht? Doch, hab ich Nee! Wie kommst du da oben hin, Digga? Ja, Digga, Treppe, kennst du sowas? Jungs, ich hab euch einen Pfeil gemacht, Digga Was hast du? Ich hab euch einen Pfeil gemacht, der zeigt euch mal mein Bett Ein Pfeil, okay Oh mein Gott, Fahrrad, Digga Oh mein Gott Fahrrad, Digga Ich wollte flexen auf No-Scope, aber Das hat nicht so ganz funktioniert Ah! Ey, du hast noch einen Pfeil gemacht, Digga Oh mein Gott, André Du kannst gar nichts, Digga Ich schurru, du kannst gar nichts Also D und A wäre Ah! Okay, ey, das ist nicht so schlimm Mann! Hä? Ach, gib mir elf, du kleiner Pisser Nein! Ah, du Mann Ich bin raus Nice Ich bin komplett raus Maschallah Okay, Freunde Jetzt schauen wir zu, wer diese zweite Runde gewinnen wird Oh, C ist gerade Oh, oh Oh, C wird gerade hier eigentlich schnell unter C ist down, Digga So unding ist das nämlich Meins aber auch Oh, 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 oh Gleich Nein! Oh mein Gott, Digga Er ist stehen geblieben Nein! Ach mit mach fertig, mach er Mach fertig Nein! Ach, er will ihn killen und dann fertig machen Nein, ich bin los Oh, Sandef, Sandef Kittmiff gegen André Wer gewinnt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kittmiff hat die zweite Runde gewonnen, Leute Ich würde auch immer sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da Lasst ein Abo da Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs Und natürlich bei Instagram Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video Und Tomatenkäsesalatsoße Ah Ah